Einen wunderschönen guten Tag, finde ich auch schön, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Einschalten. Kauft mein Buch oder bestellt es vor. Die ersten vier Links in der Beschreibung sind alle dafür zuständig. Ihr habt noch ungefähr zwei Wochen Zeit, um euch das vorzubestellen. Morgen wird es ein Video geben mit einem kleinen Gewinnspiel. Aber wenn ihr es heute schon vorbestellt, seid ihr automatisch drin. Also macht euch keinen Kopf. Ansonsten reden wir heute über die ganzen Spiele der Wildcard-Woche, der Super Wildcard-Weekends. Leider zumindest von den ersten fünf Spielen, die schon stattgefunden haben, während ich den Anfang jetzt hier aufnehme. Nicht so viel besonders Spannendes dabei. Eigentlich nur ein Spiel. Ich kann auch hoffen, dass das sechste spannend wird. Ihr wisst es schon. Wir reden natürlich trotzdem über jedes einzelne Spiel. Mein Tipp-Rekord die Woche ist 4-2. Die beiden Spiele, die ich falsch getippt habe, sind das Packers-Spiel und direkt das erste, das Texans-Spiel. Ich rechne das jetzt nicht auf die Regular Season-Durchschnitt drauf. Wir lassen den Regular Season-Durchschnitt einfach so, wie er ist. Und mal gucken, wie ich die nächsten Wochen abschneide. So, das Spiel, was das Wochenende aufgekickt hat, um mal so schön Quatsch zu reden. Denn wir hatten Browns gegen Texans. Das Ganze war bei den Texans, obwohl die den schlechteren Rekord hatten. Weil die natürlich ihre Division gewonnen haben am letzten Spieltag. Und die Browns in ihrer selbst nur Zweiter geworden sind hinter den Ravens. Deswegen in Houston das Ganze. Und die Texans sind komplett über die Browns drüber gefahren. Die haben jedes einzelne Viertel gewonnen. Die Browns haben in der gesamten zweiten Hälfte keine Punkte mehr gemacht. Flacco hat in zwei Minuten zwei Pick-Six geworfen. Und das war letztendlich nicht wirklich der Unterschied im Spiel. Aber das war der Grund, aus dem das Spiel eigentlich zu dem Zeitpunkt schon vorbei war. Man hätte immer noch drauf hoffen können, dass da am Ende noch was passiert. Aber ist es nicht. Turnover Differential. In dem Spiel auch einfach straight plus zwei für die Texans. Ich habe in meiner Vorschau gesagt, dass ich auf die Browns tippe. Und ich denke, um das Spiel zu gewinnen, brauchen die Texans diese Takeaways. Ist jetzt ein bisschen schwer zu sagen. Ich habe schon jemanden gesehen, der unter das Video gegangen ist, noch direkt nach dem Spiel und gesagt hat, oh, er hatte einfach recht mit seiner Prognose. Nicht, also was heißt, schwer zu sagen. Weil sie waren halt auch sonst in Kontrolle, abgesehen von den Takeaways. Die Takeaways haben halt bloß dafür gesorgt, dass sie danach komplett ihren Stiefel runterspielen konnten. Und dass die Browns halt gar nicht mehr das Spiel machen konnten, was sie eigentlich spielen wollten. Dementsprechend war es sozusagen sehr hilfreich. Aber ich kann jetzt nicht wirklich sagen, oh, ich hatte recht bei meiner Prognose. Und das war der Grund für den Sieg, weil man das einfach in der Situation schlecht wissen kann. Am Anfang des Spiels war es noch relativ ausgeglichen. War ein munterer Schlagabtausch und war offensiver, als ich gedacht hätte am Anfang. Weil dadurch, dass die Browns offensiv halt ein bisschen limitiert sind mit Flacco und defensiv sehr stark, habe ich gedacht, die zwingen dem Ganzen ihren Stempel auf und machen das zu einem defensiven Spiel. War es am Ende nicht wirklich. Das Rushing-Game von den Browns ist am Ende auf dem Papier nicht wirklich gut drin. Hat aber auch ein bisschen was damit zu tun, dass sie natürlich so früh so weit down waren und das am Ende nicht mehr großartig probieren konnten. Ich meine, Flacco zum Beispiel hat 46 Passing-Attempts. Auf der anderen Seite beide Quarterbacks zusammen 22 Attempts. 21 davon von CJ Stroud. Einer von Davis Mills. Und dafür 22 Rushing-Attempts. Um fair zu sein, auch das nicht so viel mehr als bei den Browns, die immerhin noch 20 haben. Was aber auch damit zusammenhängt, dass durch die zwei schnellen Pick-Sicks und so weiter die Browns am Ende deutlich mehr Time of Possession haben. Was ja eigentlich merkwürdig ist für ein Team, was so doll verliert. Weil du eigentlich denkst, gerade wenn ein Team die ganze Zeit führt, dann laufen die viel, die kontrollieren viel, die versuchen die Uhr runterzunehmen und das andere Team versucht so schnell wie möglich zu driven immer. Stimmt auch, aber die hatten halt einfach, wie gesagt, durch die Pick-Sicks und so weiter haben die einfach so viel häufiger den Ball gehabt mit ihrer Offense. Zeit von der Uhr genommen und da, da, da. Und deswegen am Ende Time of Possession deutlich bei den Browns. Yards auch gar nicht mal so viel mehr bei den Texans. Die haben 30 Yards mehr. Wie gesagt, hängt natürlich auch wieder ein bisschen mit Possession-Time zu tun und mit Plays generell. Total Plays können wir uns auch mal angucken, sind 44 nur bei den Texans. Das ist echt wenig für ein Spiel. Und 70 offensive Plays bei den Texans. Also 26 Plays mehr. Nochmal mehr als die Hälfte mehr von dem, was die... Oh, ich glaube, es ist richtig, aber es klingt total falsch. Die Hälfte von dem, was die Texans haben, nochmal oben drauf. Oder man könnte auch einfach sagen, die Texans haben weniger als zwei Drittel so viele Plays wie die Browns. Bisschen schade bei den Browns, dass es am Ende an Fleckow gelegen hat. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, die hatten defensiv ein paar uncharakteristische Busts drin. Der weite Touchdown zu Deuton Schulz zum Beispiel, das war halt ein Coverage-Bust 37 Yards, der normalerweise so nicht passiert. Die hatten noch einen anderen Bust, der dann überworfen wurde, beziehungsweise wo die Chemie einfach nicht richtig war. Ich weiß nicht mehr, war das Nico Collins oder... Ich glaube, es war Nico Collins oder vielleicht war es Noah Brown, ich bin mir nicht ganz sicher. Der ist auf jeden Fall gelaufen. Der war komplett vorbei an der Defense und ist halt die letzten 15 Yards schon die ganze Zeit so gelaufen, weil der Ball halt auch in der Luft war und dadurch war er dann am Ende ein bisschen zu langsam. Das ist super kontraintuitiv, weil du siehst den Ball und du versuchst halt, den nicht aus den Augen zu verlieren. Aber gerade in so einem Moment, wo du siehst, oh, der fliegt vielleicht ein bisschen weit und der ist noch länger in der Luft, musst du den Kopf runternehmen und nochmal versuchen zu beschleunigen und dann wieder gucken und den Ball finden. Aber das ist halt, von hier zu Hause ist das super, super einfach zu sagen. Und erstens, wenn man in dem Moment drin ist, dann ist es, wie gesagt, super kontraintuitiv, das überhaupt erst zu machen, weil du denkst halt, okay, ich habe nicht viel Zeit, der Ball kommt gleich runter. Aber trotzdem, dieses einmal Kopf nach unten nehmen und nochmal ein bisschen sprinten kann helfen. Und zweitens muss man dafür halt auch direkt am Anfang erkennen, oh shit, der kommt ein bisschen weit, der Ball. Manchmal denkt man ja, oh, den kriege ich, den kriege ich, den kriege ich. Und dann in den letzten, was weiß ich, sechs Schritten, die man macht, merkt man, oh fuck, ich bin zu langsam dafür oder der Ball ist zu weit. Aber ja, da waren auf jeden Fall ein paar Bust drin bei den Browns, weshalb ich am Ende sagen kann, oder wenigstens, ist jetzt blöd aus Browns-Sicht, weil klar, coole Saison gehabt, am Ende wurde man dann geklatscht in den Playoffs als Favorit reingegangen und so doll verloren, ist ärgerlich. Aber wenigstens ist es nicht so, dass man sagt, oh, unsere Defense hat so performt und jetzt haben wir nur wegen Fleckhoff verloren. Sondern die Defense hatte halt leider auch ein uncharakteristisch schlechtes Spiel. Deswegen hat halt einfach nicht sein sollen an dem Wochenende. Auf der anderen Seite CJ Stroud mit einem fast perfekten Passer-Rating, 157,2, drei Touchdowns, kein Pick, fast 300 Yards. Oder 274, fast ist da vielleicht ein bisschen gestretched. John Matchy hat drei Targets gehabt, dreimal Ball gefangen, 44 Yards, let's go. Ein Carry noch dazu für 9 Yards. Also Average per Play hat der was, ist bei 12 oder sowas. Gefällt mir sehr, sehr gut. Hoffe, dass die Rolle quasi weiter ausgebaut wird. Jetzt, na klar, im nächsten Spiel auch noch, aber dann vor allem auch nächste Saison natürlich. Da habe ich Bock drauf, ihr wisst, den mag ich. Das fünfte Spiel ist noch nicht ganz durch bei mir, aber es ist eigentlich schon durch. Das heißt, die Texans spielen gegen die... Nee, nicht gegen die Chiefs, gegen die Ravens. Ups. Okay, gut, da vielleicht nicht allzu viel Hoffnung drin. Aber trotzdem, es war ja sowieso schon für die Texans überhaupt in die Playoffs zu kommen. Ein Schritt, den man vor der Saison überhaupt nicht erwartet hatte. Dann sind sie nicht nur in die Playoffs gekommen, sondern haben die Division gewonnen auch noch. Selbst wenn das nur war, weil die Jaguars das komplett weggechokt haben am Ende, juckt nicht. Die haben die Division gewonnen, haben jetzt ein Playoffspiel gewonnen, auch noch deutlich gewonnen und sind jetzt in der Division-Around sogar und haben eine Chance, das vermutlich beste Team der NFL aus den Playoffs zu knocken. Also super, super, super Saison für die Texans. Junge Leistungsträger mit dabei, was das Ganze sehr, sehr gut gestaltet. Noch mal, Christian Harris hatte ein richtig gutes Spiel, hat ein Sack, hatte ein Pick-Six, hatte sonst noch ein paar andere gute Aktionen. Insgesamt vier Sacks im Spiel drin, also von den Texans. Will Anderson hatte auch noch eins. Auf der anderen Seite, ich weiß, bei dem einen Rushing-Touchdown, aber ich glaube, das war der ganz zum Schluss im Spiel, da hat er ein bisschen auf was anderes gegeiert, war out of position. Aber ansonsten Jeremiah, Uso Kramoa. Ihr wisst, es ist am Anfang vielleicht so ein bisschen Meme gewesen, weil ich den halt so krass fand im Draft und, ah, mein absoluter Draft-Crush und brah, er blah. Und er hat ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gehabt in der NFL, minima. Aber jetzt inzwischen ist er einer der besten Off-Ball-Linebacker und in dem Spiel hat man es gesehen. Es ist wirklich verrückt, wie er manchmal einfach aussieht, als er auf einem ganz anderen Level als alle anderen Spieler um ihn rum. Und alle anderen Spieler um ihn rum sind halt immer noch die besten Football-Spieler, die es auf der Welt gibt. Also ja, trotz der Niederlage, fantastisches Spiel, von dem allein vier Tackles vor Loss ist heftig. Natürlich Tackle-Leader bei den Browns, ja, konnte es am Ende nicht rausreißen. Aber ich glaube auch für die Browns, elf, sechs Playoffs ist, wenn du bedenkst, dass Deshaun Watson fast die ganze Saison verpasst hat, immer noch ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Kann man mit zufrieden sein, Texans sowieso. So, nächstes Spiel war die absolute Kälteschlacht und auf der einen Seite war es ganz, ganz witzig irgendwie. Und ha, Andy Reid schnurbert es gefroren. Also ich mache mich da nicht drüber lustig, es war wirklich witzig. Ich saß auch davor und ich habe gedacht, ach, das sieht so kalt aus und ha, ist das witzig, das gefriert und das und bla und da, da ist der Platz gefroren. Aber auf der anderen Seite bin ich langsam immer mehr der Meinung und ich glaube, das wird gefühlt gerade ein Trend. Also es wird ein Trend in der Fanwelt und ich weiß nicht, ob das wirklich Auswirkungen hat auf dann die NFL. Und selbst wenn, dann würde das noch vermutlich 10, 15, 20 Jahre dauern, bis es umgesetzt wird. Aber ich bin langsam Fan von dem Gedanken, dass die NFL jedem Team vorschreibt, ihr müsst ein Dach haben auf dem Stadion. Selbst wenn es ein ausziehbares, einklappbares, was auch immer Dach ist, aber so sehr so eine Spiele auch witzig sind oder auch so absolute Schneespiele. Irgendwie ist es immer witzig für die ersten zwei, drei Minuten und dann denke ich mir, ist halt schon schade, dass ich jetzt nicht die Normalform von beiden Teams sehe, sondern halt das Spiel sehe, welches Team sich besser auf den Schnee einstellen kann. Und das ist die Argumentation von vielen Leuten dann immer, ja, aber das ist halt auch ein Element in der NFL, dass man sich auf die Witterungsbedingungen einstellen muss und sowas. Und ja, es gibt Spiele im Warmen, es gibt Spiele im Kalten, das ist das, was die Liga ausmacht, das ist das, was das Land ausmacht, dass es halt sehr warme Plätze gibt, sehr kalte Plätze, sehr großes Land und so weiter. Aber ich weiß nicht, ich nehme an, viele von euch verstehen mich und viele von euch sind auf der komplett anderen Seite, aber ich würde halt lieber die beste Footballform von den beiden Teams sehen, in so neutralen Bedingungen, wie es geht. Klar ist es dann vielleicht mal wärmer, mal kälter, selbst wenn es Hallen gibt, aber in den Hallen wird es halt nicht extrem kalt. In den Hallen hast du nicht diese extremen Regenspiele, die halt auch häufig die Spiele unanselig machen. In den Hallen hast du nicht die extremen Windbedingungen, die es manchmal gibt. In den Hallen hast du keinen Schnee. In den Hallen bist du auch geschützt vor Gewitter, wo ja auch manche Spiele unterbrochen werden müssen, wenn es blitzt, weil es geht halt nicht, wenn du Leute mit Metall auf dem Kopf rumlaufen hast, auf einer weitestgehend freien Fläche und so weiter. Und das würde ich, glaube ich, insgesamt besser finden. Ich verstehe die Romantik und den Charme vom Gedanken an Schneespiele, aber ich finde, jetzt reicht es. Und ich hätte halt richtig gerne die Topform der Dolphins gegen die Topform der Chiefs gesehen. Am Ende muss man aber auch sagen, einer der großen Unterschiede in dem Spiel war halt die Quarterback-Position. Weil du bei Tua Tango Bailoa gesehen hast, der kommt überhaupt nicht mit den kalten Bedingungen klar. Der hat häufig den Snap nicht richtig fangen können, der musste mit einem Handschuh spielen an seiner rechten Hand, weil der links ist logisch, und der hat ein paar Würfe einfach komplett in den Sand gesetzt. Bei Mahomes war das nicht wirklich der Fall. Ab und zu sind die langen Bälle gestorben, aber ich glaube, das hatte weniger was mit der Kälte und mehr mit dem Wind zu tun. Der eine lange zu... War das MWS oder war das Mikael Hardman? Ich bin mir nicht ganz sicher. Kurz vor der Halbzeit war das für mich nicht alles täuscht. Auf dem Fall an der rechten Seite ein Kamera von rechts nach links. Der lange Ball, wo er eigentlich seinen Dude geschlagen hatte und dann auf einmal so abbremst und der Ball fällt halt links kurz vor ihm auf den Boden. Ich nehme an, da war in den letzten zehn Metern vom Ball, vom Weg, war da extrem viel Wind und hat den nochmal quasi zurückgeschoben und gebremst mitten in der Flugbahn. Aber man hat halt gesehen, dass ein Quarterback mit dem Arm von Patrick Mahomes mit den Bedingungen deutlich besser klarkommt als einer mit dem Arm von Tua Tangeweiloha. Wieder, das ist vermutlich die Argumentation von manchen Leuten, dass man sagt, ja, und das ist eine Qualität von Patrick Mahomes. Und wenn wir jetzt bei allen Spielen diese äußeren Witterungsumstände wegnehmen, dann ist diese Qualität quasi nicht mehr so wichtig. Shit happens. Das Rushing Game auf beiden Seiten war limitiert, beide ungefähr gleich. Am Ende, wenn du den Boxscore anguckst, 4,2 Average bei den Dolphins, 4,3 bei den Chiefs. Ich hatte das Gefühl, dass es bei den Dolphins halbwegs konstant gleich ungefähr gut war, aber man hat deutlich gemerkt, dass die Chiefs sich da sehr drauf fokussiert haben, was auch smart ist. Und auf der anderen Seite bei den Chiefs war es genau das Gegenteil, das war sehr streaky. Noch dazu wird es hochgerissen von den zwei Carries für 41 Yards von Patrick Mahomes. Der ist ja, da habe ich schon ganz oft gesagt, aber das fällt jedes Mal wieder auf in so wichtigen Momenten, der scramblet nicht gerne und nicht viel. Und das ist wichtig, weil die Defenses deswegen nicht extrem darauf gameplanen, dass er viel scramblet. Und dann in den wichtigen Momenten ist es immer umso besser, wenn er trotzdem sehr, sehr gut scramblen kann. Das ist ja das Ähnliche, was bei einem Jalen Hurts zum Beispiel manchmal der Fall ist, wenn die nicht viel mit Quarterback Run Game planen. Irgendwann vergisst die Defense, oh fuck, der ist ein extrem guter Runner, bei einem Josh Allen auch. Aber beim Mahomes ist es zusätzlich nochmal gut, weil er nie wirklich als der krasse Athlet bekannt war. Er sieht halt auch immer super witzig aus, wenn er läuft und so weiter. Deswegen habe ich das Gefühl, manchmal pennt man da ein bisschen und vergisst es. Rashee Rice hatte eine sehr starke Performance, ist auch nach einer Verletzung nochmal wiedergekommen, was man ihm hoch anrechnen muss. Tyreek Hill, durchwachsenes Spiel, acht Targets, fünf Catches, 62 Yards, ein Touchdown ist okay. Lejeris Sneed hatte den sehr, sehr unter Kontrolle in den 101 Snaps und damit meine ich jetzt gar nicht, dass er ihn an der Line of Scrimmage totgejammt hat und auf den Boden geschubst hat. Ein so sehr starkes Play, aber ich habe jetzt nicht dieses eine Play im Kopf und sage, oh er hat ihn in der Tasche. Der hat ihn einfach wirklich sehr, sehr gut, Entschuldigung, gecovert. Jan Waddle kam nicht ins Spiel. A-Chain im Rushing Game, sechs für neun, was auch nicht so das allergelbste vom IS Raheem Mostert. Acht für 33 geht noch, aber der ist auch häufiger immer in eine Mauer gelaufen. Insgesamt sehr, 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 sehr trauriges Spiel für die Dolphins. Tour meiner Meinung nach unterirdisch am Ende, das 63er Passer Rating. Da ist der eine Touchdown und die 53 Yards, übrigens 53 von den 62 Yards von Tyreek Hill kann man einem Catch, die sind drin bei einem Wurf, der komplett unterworfen war. Kann wie gesagt auch sein, dass da der Wind am Ende noch rankam. Das war ein sehr starkes Play von Tyreek Hill, dass er zurückkommt, durch den Kontakt vom Defender arbeitet, zum Ball dann auch zwei Leute aussteigen lassen, den Taschenraum macht, aber das hat nichts mit Tour zu tun. Das war letztendlich dieses eine Play, zieht sein Passer Rating extrem hoch. Wenn ich wollen würde, könnte ich jetzt ausrechnen, wie sein Passer Rating sonst wäre, aber müssen wir nicht, wozu. Also ja, Tour ist es wirklich nicht. Er ist so ein Quarterback, wenn du ihm gute Umstände gibst, dann nimmt er das und frisst das auf und sieht sehr, sehr gut aus. Aber wenn er mal nicht richtig gute Umstände hat, dann kommt da relativ wenig von ihm selber. Das ist ein bisschen das Gegenteil von einem Quarterback wie Josh Allen. Josh Allen hat manchmal gute Umstände und macht es einfach selber kaputt mit irgendwelchen dummen Aktionen. Dafür ist Josh Allen auch ganz, ganz oft der Grund, aus dem die Bills gewinnen. Weil er einfach, es passiert nicht viel Offensiv und dann sagt er so, ja fuck, dann laufe ich halt selber 50 yards und mache einen Touchdown. Oder dann wirft er irgendeinen komplett ridiculous Ball und der ist irgendwo noch drin oder sowas. Also das ist ein Gefühl, zwei komplett untersetzliche Archetypes. Und das Problem bei den Dolphins ist, Leute, die Tour jetzt immer noch in Schutz nehmen und zu sagen, ja, wir entwickeln uns noch bla, weiß ich nicht. Die sind in einem All-In. Ich verstehe, dass die ganzen Verletzungen da reingefunkt haben. Aber zum Beispiel einen Bradley Chubb, der ja jetzt nicht spielen konnte in dem Spiel, den ertradest du dir nicht, wenn du nicht All-In gehen willst. Für einen Jalen Ramsey holst du dir nicht, wenn du nicht All-In gehen willst. Selbst, ja okay, Tyreek, das war was anderes. Den holst du dir auch in dem Moment, wenn du nicht All-In gehen willst, beziehungsweise wenn du ein größeres Fenster hast. Aber ich wüsste nicht, wie viel nächstes Jahr noch besser laufen soll für die Dolphins, außer natürlich, dass sich nicht so viele Leute verletzen. Aber das ist halt eine Sache, mit der man irgendwie planen muss. Wenn du aber ein verhältnismäßig teures Team hast, fällt es schwer, die Backups gut zu haben, beziehungsweise brauchst du dann sehr viel Glück oder Talent beim Draften. Ja, am Ende weiß ich auch ehrlich nicht, ob man bei 11-6 und One-and-Done in den Playoffs und auch einer Klatsche in den Playoffs, ob man da von einer gelungenen Saison reden kann bei den Dolphins. Bin sehr gespannt auf die Hard Knocks-Folge. Bei den Chiefs auf der anderen Seite, es war offensiv eine okaye Performance, sag ich mal. Defensiv war es sehr, sehr gut. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich der Meinung bin, wie viele andere Leute im Broadcast haben dir das auch gesagt. Ah, die Chiefs sehen wieder aus wie die alten Chiefs und jetzt sind die Chiefs doch wieder Super Bowl Favorit. So viel Hoffnung hat mir das Spiel ehrlich gesagt nicht gegeben. Und ich finde es auch ein bisschen schade, dass wir vermutlich gerade beim Untergang von Travis Cassie dabei sind. Weil jetzt zur Zeit, er kriegt ja noch sehr, sehr viele Plays, die für ihn designt sind, wo er eine Option-Route hat und was weiß ich. Und trotzdem ist er am Ende bei 7 Catches 71 Yards nur und die 10 Targets, die er hatte, waren alle fangbar. Die drei, die er quasi nicht gefangen hat, waren alles seine Drops und die waren kleine Drops. Also den muss er alle drei fangen. Und das ist halt die ganze Saison schon ein kleines bisschen so. Also ich bin der Meinung, oder ich bin dafür, dass wir einfach alle Taylor Swift die Schuld geben. Aber so wie das aussieht, kann es gut sein, dass wir Travis Cassie nicht mehr lange spielen sehen. Nicht weil er gecuttet wird oder sowas, sondern weil er dann vielleicht auch merkt, ich bin auf dem absteigenden Ass, ich habe genug Geld gemacht, ich habe meine Super Bowl-Ringe, ich habe Taylor Swift jetzt vermutlich, vielleicht hat er dann auch einfach gar nicht mehr so extrem viel Bock wie früher auf Football. Vielleicht macht er nicht mehr lange, wer weiß. Chiefs auf jeden Fall, am Ende muss man da von einer erfolgreichen Saison reden. Ja, Patrick Mahomes. Packers gegen Cowboys natürlich auch eine absolute Überraschung. Wenn man sich am Ende das Ergebnis anguckt, 48-32, denkt man, oh absoluter Shootout. Aber war es nicht mal wirklich. Ich meine, 58-32 klingt halt auch schon deutlich genug. Es ist halt ein maximales Two-Possession-Game, also 16 Punkte auseinander. Aber wenn man sich anguckt, dass von den 32 Punkten die Cowboys einfach die Hälfte im letzten Viertel gemacht haben, und dass es zur Halbzeit zum Beispiel auch schon 27-7 stand und ein glückliches Sieben, und dann im nächsten Viertel hat Green Bay auch nochmal mehr Punkte gemacht als die Cowboys, das war halt eine wirklich amtliche Klatsche. Und ich meinte in der Spieltagsvorstellung nochmal, ah, mein Bauchgefühl Packers und bla, hätte ich mal drauf gehört, hätte ich clever ausgesehen, aber was auch immer. Aber ich hätte mir nicht vorstellen können, dass die Cowboys einfach wieder so doll choken. Auch noch dazu zu Hause. Weil ansonsten, wenn man sich das anguckt über die Saison, wenn du nur die Auswärtsspieler anguckst, hatten sie einen negativen Rekord, waren sie 4 und 5. Aber zu Hause waren sie halt 8 und 0. So zu Hause und die Punktedifferenz zu Hause war auch krank wirklich. Logisch, wenn du nur gewinnst, aber trotzdem. Aber dann zu Hause nicht nur zu verlieren, sondern so, 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 so doll zu verlieren. Und das ist auch ein schwarzer Tag für Leute, die immer mit Playoff-Erfahrungen argumentieren und sowas. Weil die Packers, ich habe letztens gelogen, ich hatte irgendwo gehört, dass sie das jüngste Team waren, was sie in die Playoffs gekommen sind. Aber sie waren nur das viertjüngste Team, was sie jemals in die Playoffs gekommen sind. Also ein sehr junges und sehr Playoff-unerfahrenes Team, weil selbst die, die in ihrem zweiten Jahr spielen zum Beispiel, ist ja nicht so, als wären die letztes Jahr in den Playoffs gewesen. Also Playoff-Erfahrung halt wirklich fast 0 in dem Team. Jordan Love hat extrem gut gespielt. Der ist zwischendurch rausgekommen. Und dann haben die Cowboys aber ein bisschen hinten noch angezogen und Punkte gemacht. Da hat LeFleur, glaube ich, nochmal ein bisschen Herzrasen gekriegt und hat die Starter nochmal reingeschickt. Da hat Jordan Love dann noch, ich glaube, ein 3-and-out gesteuert oder sowas, hat da incomplete drin gehabt. Und dadurch ist sein Passer-Rating wieder runtergefallen. Vorher, als sie ihn das erste Mal rausgenommen haben, als der Sieg eigentlich schon safer war, auf einem perfekten Passer-Rating. Jetzt am Ende ist er bei 157,2. Ich hoffe für ihn, dass er dadurch nicht irgendwie eine Vertragsklausel verloren hat oder einen Vertragsbonus verloren hat oder sowas. Kann sein, dass da drin steht, für perfektes Passer-Rating in irgendwelchen Spielen oder sogar für perfektes Passer-Rating in Playoffs-Spielen. Dann kriegt er 200.000 oder so, weil das wäre ein bisschen ärgerlich, wenn das passiert wäre. Aber ja, ansonsten absolute Katastrophe, wirklich, was bei den Cowboys passiert ist. Auf beiden Seiten vom Ball. Wir gucken uns mal nur den Average per Attempt an von den Passing. Du hast bei Dak Prescott 6,7, was nicht katastrophal niedrig ist, aber es ist schon ziemlich niedrig, bei 60 Passing-Attempts. Der hat 41 von 60 angebracht, trotzdem noch 25 Rushes. Also das ist unglaublich, wirklich. Und bei Jordan Love, der hat erstmal nur 21 Pässe Attempted. Also der hat fast, nur ganz knapp mehr Pässe Attempted, als Dak Prescott Incompletions hat in dem Spiel. Und der hat ein Average per Attempt von 13. Das ist fast genau doppelt so viel wie das von den Cowboys und Dak Prescott. Und das ist schon mal ein Unterschied. Das Rushing-Game von den Cowboys ist am Ende bei 4,9, aber 7,5 Average davon kommen bei 6 Rushes 45 Yards von Dak Prescott. Das an sich Rushing-Game von Tony Pollard ist bei unter 4 geblieben. Rico Darbel hat nur 2, ist knapp über 5. Und das war was, wo man eigentlich gedacht hat, uh, das können die Cowboys ausnutzen gegen die Packers. Ich bin auch nach wie vor der Meinung, es wäre hinten raus im Spiel noch gekommen, wenn sie nicht zur Halbzeit schon 20 Punkte down gewesen wären und das Rushing-Game größtenteils einfach weghauen mussten. Auf der anderen Seite, dass das Rushing-Game so gut funktioniert hat, liegt halt hauptsächlich natürlich wieder an Aaron Jones, der zurück ist. Klar, auch die Line von den Packers. Sehr gesund spielt, sehr, sehr gut zurzeit. Aaron Jones, 118 Yards, über 5,5 Average und 3 Touchdowns sehr, sehr stark. Auch wenn er manchmal übertreibt mit seinem First Down-Ding. Manchmal hat er so einen 3-Yard-Rush, also nicht mal ohne irgendwie eine krasse Aktion so. Läuft, rennt in einen rein, der tackelt ihn für 3 Yards und er steht auf und macht. Und ich verstehe, dass das genau aus dem Grund gemacht wird, damit die Fender sich nämlich genau wie ich drüber aufregen und er dann bei denen im Kopf ist und so weiter. Aber manchmal übertreibt er einfach. Aber insgesamt natürlich trotzdem ein sehr, sehr krasses Spiel durch die Luft Nummer 13 Yards. Aber gut, das macht die Ender jetzt auch nicht fett. War vorher schon eine starke Performance. Romeo Dubs hat mit 6 Catches 151 Yards. Luke Musgrave hat 52 und einen Touchdown. Don Tavion Wicks hat 20 bei einem Catch gehabt. Und generell diese Plays, 46er für Romeo Dubs, ich glaube, der hatte noch einen sehr langen. Luke Musgrave 38, Wicks 20, Tucker Craft hat 1 für 10, Aaron Jones hat 1 für 13. Das sind zu viele Big Plays gewesen bei den Packers, weil die Cowboys überhaupt nicht klargekommen sind, aus welchem Grund auch immer, mit dem Play-Action-Game von den Packers. Was heißt aus welchem Grund auch immer? Das klingt erst ein bisschen, die waren dumm an dem Tag. Das ist natürlich alles sehr, sehr, sehr gut designt von LeFleur und Konsorten. Aber trotzdem ist es was, wo du in den Playoffs von so einer starken Defense eigentlich erwartest, dass sie damit klarkommen. CeeDee Lamb hat am Ende 9 Catches für 110 Yards. Aber der war auch über weite Teile des Spiels einfach gar nicht da. Gefühlt die ganze erste Hälfte, immer wenn Prescott Lärm gesucht hat, das war als ob die 2 verschiedene Play-Calls hatten, als ob die 2 verschiedene Plays gemacht haben. Die waren nie auf einer Wellenlänge, das war super, super merkwürdig, weil die normalerweise extrem oft einfach das gleiche denken und du merkst, dass sie sehr viele Raps miteinander haben und so weiter. Michael Gallup ist bei über 100 Yards am Ende. Auch da kamen nochmal die Big Passing Plays durch zum Schluss, als die Cowboys wirklich nahe zu das komplette vierte Viertel einfach in der 2-Minute-Offense gespielt haben. Ist ja häufig manchmal so, wenn die Offense gar nicht funktioniert, das Spiel über, und dann in den Momenten, wo du in so einem 2-Minute-Mode switchst, auf einmal, also Ende der Halbzeit, Ende vom Spiel, auf einmal funktioniert es. Super merkwürdig, keiner kann es genau erklären, hat ein bisschen was damit zu tun, dass die Defense gegen, ja, ein bisschen Vanilla verteidigt und nicht mehr so viel Pass rush, nicht mehr so viel Blitz, aber trotzdem, Jake Ferguson, 12 Tage, 10 Catches, 93 Yards, 3 Touchdowns, sehr, sehr stark gespielt, der tat mir ein bisschen leid, weil der sich einfach logischerweise über keinen seiner Touchdowns wirklich freuen konnte, und weil der erste kam, als sie gerade 27-0 down waren, nach dem Touchdowns, 27-7, aber ja, sehr starke Performance von der Packers Offense, die Packers Defense war okay, die beiden Picks würde ich eigentlich auch eher deckt zu schreiben, als jetzt unbedingt der Packers Defense, aber einer davon war natürlich dann auch direkt ein Pick 6 von Daniel Savage, also, ja, die Packers haben, äh, die Cowboys haben zweimal nur gepuntet im Spiel und ein Vierko genommen, trotzdem am Ende so wenig Punkte gemacht bis zum vierten Viertel, also sehr, 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 sehr merkwürdige Situation alles, ähm, und dafür, wie gut die Cowboys über weite Strecken der Saison aussahen, wieder ein maximales Choken in den Playoffs, also, ja, das, ich verstehe nicht, wie sowas funktioniert, vielleicht muss bei denen auch einfach mal irgendein Fluch gelöst werden oder sowas, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber vor zwei Jahren oder was, letztes Jahr Mitte der Saison, kurz bevor die Lions angefangen haben, sehr viel zu gewinnen, war Peyton Manning im Fortfield und hat, äh, mit einer Badewanne voller Whisky oder irgend sowas den, äh, Dingsbumsfluch gelöst und seitdem, pff, seitdem funktionieren die, I don't know, und, äh, den Bobby Lane Fluch, was auch immer, auf jeden Fall, vielleicht muss irgend sowas mal passieren bei den Cowboys, äh, Mike McCarthy ist auf extrem dünnem Eis und bei den Cowboys ist es häufig so, wenn es so Gerüchte gibt, dann ist der Coach meistens weg, ähm, was ich mir eventuell vorstellen könnte, was bei den Cowboys gemacht wird, ist entweder, dass sie sich an Bill Belichick dranhängen, dass sie versuchen, Jim Harbaugh zu kriegen, oder dass, also das wären natürlich die beiden dicken Fische, was klassisch Cowboys wäre und klassisch Jerry Jones, das andere, was ich mir aber vorstellen könnte, was meiner Meinung nach am meisten Sinn ergeben würde, ist eigentlich McCarthy raus, ähm, ich weiß, es gibt extrem viele McCarthy-Fans, aber es gibt auch extrem viele, die finden, dass er ein Fisch ist, ich fand schon immer, dass er maßlos overhyped ist, und ich denke, Dan Quinn zu befördern, könnte hier tatsächlich Sinn ergeben bei den Cowboys, aber, ja, irgendwas, irgendwas muss gemacht werden, weil, also, inzwischen, ich hab's auch getweetet, inzwischen ist er fast schon traurig, ich mag die Cowboys nicht mal mehr, gut, also nicht mal mehr, nicht mal, es hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass sie gegen die Packers gespielt haben, die mag ich halt auch nicht, aber irgendwie, allein jetzt auch über die vielen Jahre, dass die immer so eine gute Regular Season spielen, und dann in den Playoffs wirklich so kolossal verhauen, ja, es ist so eigentlich, irgendwann ist es schon traurig, also, mir tun die sympathischen Cowboys-Fans, die tun mir leid, die unsympathischen tun mir nicht leid, die Spieler Mike McCarthy und vor allem Jerry Jones tut mir überhaupt nicht leid, aber, pff, I don't know, sehr merkwürdig. So, Rams gegen Lions, das für mich bisher einzig richtig spannende Playoffs-Spiel, ähm, Lions haben gewonnen, das erste Mal seit 37.000 Jahren Heimspiel gewonnen, generell Playoffspiel gewonnen, dann ist es auch noch ein Heimspiel gewesen, und so gegen Stafford war schon, war schon sehr, sehr cool, ich war super nervös, und es war insgesamt einfach ein richtig, richtig knappes Spiel, wenn man sich das Ganze anguckt, ähm, Yards am Ende, Passing Yards deutlich mehr bei Stafford, aber Average per Attempt ist 10,2 bei Stafford, 10,3 bei Jared Goff, also fast gleich, Passer-Rating 120,9 bei Stafford, 121,8 bei Jared Goff, also auch das ist innerhalb von einem, ähm, Punkt, das ist, das ist verrückt. Rushing Game am Ende sogar besser gewesen bei den Rams als bei den Lions, auch wenn das sehr verschoben war. Lions in der ersten Hälfte konnten gefühlt offensiv generell, aber auch mit dem Rushing Game machen, was sie wollten, und in der zweiten Hälfte ging gar nichts mehr im Rushing Game, bei den Rams war es ein bisschen umgedreht, die hatten am Anfang ein bisschen Probleme und dann zum Schluss konnten sie mit Karen Williams halt mehr oder weniger machen, was sie wollten, beide Teams aber nicht so viel gerusht, wie man denken könnte, bei den Lions relativ ausgeglichen tatsächlich am Ende 27 Passing Attempts, 25 Rushes, beziehungsweise von den 25 Rushes sind drei Neal-Downs, also sagen wir mal 27, 22, ähm, 22 angekommene Pässe aber, also angekommene Pässe und Rushes waren genau gleich bei den Lions, bei den Rams 36 Passing Attempts zu nur 17 Rushes, also die haben Verhältnisse von ungefähr 2 zu 1, Puka Nakua hatte natürlich ein geisteskrankes Catch, der hat nur einen Ball nicht gefangen, der war am Ende dann halt auch noch sehr wichtig, reden wir auch noch drüber über die Situation, ich finde es extrem verwirrend, wie raus Cooper Cup ist, wie man einfach merkt, dass die Chemie zwischen den beiden dadurch, dass sie einfach Zeit verpasst haben, einen kompletten Dip genommen hat, diese Saison war Cooper Cup einfach irgendein Typ, der war, überleg mal, wie krass der war vor ein paar Jahren, als er Triple Crown gewonnen hat und sowas, und jetzt war einfach irgendein Donny, es ist so verrückt, aber ja, Amon Russell und Brown hatten ein sehr starkes Spiel, Josh Reynolds hatte in der ersten Halbzeit ein sehr starkes Spiel, Sam Laporte hat ein bionisches Knie auf einmal irgendwie und hat dann seinen Touchdown noch gemacht, also keine Ahnung, das war schon sehr, sehr krass, am Ende Turnover Differential in dem Spiel 0, beide Teams hatten keine Turnover, keine Takeaways, und in dem Spiel, klar, es ist einfach zu sagen, so knapp wie es am Ende war, aber dadurch, dass es bei beiden Teams auch mehr oder weniger gleichauf war, in der ersten Halbzeit konnten beide Teams sehr, sehr viel scoren, in der zweiten Halbzeit hatten beide Teams Probleme, die Lions in der zweiten Halbzeit nur drei Punkte, die Rams in der kompletten zweiten Halbzeit nur sechs Punkte, und wie gesagt, es war relativ gleichauf, eine zusätzliche Possession durch den Takeaway hätte dieses Spiel ziemlich, ziemlich sicher entschieden, egal in welche Richtung das gegangen wäre, aber ja, beide Quarterbacks haben richtig, richtig gut gespielt, Receiver auf beiden Seiten waren richtig gut, aber du musst halt auf der anderen Seite auch sagen, Cornerbacks hatten riesige Probleme, bei den Rams geht es eigentlich noch, die haben sehr viel Zone gespielt und Jared Goff war halt sehr gut gegen die Zone, beide Quarterbacks lieben halt auch diese tiefen Innencuts, beide Offenses laufen viel Dagger-Konzept und so weiter, also Clearouts aus dem Slot und dann eine tiefe Basic, die reinrappt oder eine Dig, aber ja, bei den Lions hat man halt gemerkt, die haben original keinen Cornerback, keinen Outside-Cornerback, Brian Branch im Slot spielt stark, aber die haben keinen Outside-Cornerback. Cam Sutton ist eventuell ein durchschnittlicher Cornerback-2 in der Liga und der spielt bei uns Cornerback-1, was ein riesiges Problem ist, niemand in dem Spiel konnte Puka Nakua aufhalten, Rams haben extrem spezifische Motions gehabt, die sie das ganze Spiel über benutzt haben, oh, Short-Motions aus Compressed-Formation, ich habe mir das Auge gepiekt gerade, damn, und das ist so witzig, weil du merkst bei manchen Teams einfach, sogar in der NFL, was richtig merkwürdig ist, dass sie Motions machen, nur um Motion drin zu haben und dann hast du so Leute wie McVay und du siehst halt einfach, während das Spiel läuft, wie die Motions die defensiven Regeln kaputt machen oder wie sie dem Quarterback Informationen geben und das ist, es ist faszinierend, weil natürlich sehen das logischerweise auch die defensiven Coaches, aber die müssen dann wieder was rausfinden, was sie dagegen machen und dann ist ein Sean McVay zum Beispiel auf dem Level, der weiß genau, was man dagegen machen kann, der weiß ja schon über mehrere Tage, was für Motions er plant und weiß, was er dagegen machen würde und dann weiß er, okay, wenn die das dagegen machen, schalten wir auf das um und das ist dieses Schachspiel manchmal, das ist super, super faszinierend und ja, am Ende, ich würde nicht mal zwangsläufig sagen, dass die Lions das Schachspiel gewonnen haben, das ist halt ein Spiel, was so, so eng war, dass es am Ende von jedem möglichen Random Play an irgendeiner Stelle im Spiel entschieden werden konnte. Was am Ende positiv war für die Lions, war die Red Zone Defense, dass sie da die Rams mehrfach zu viel Goals zwingen konnten beziehungsweise in der Rams haben, äh, in der Rams, in der Red Zone haben die Rams gar nicht mehr funktioniert und das war auf jeden Fall sehr, sehr positiv bei den Lions. Ansonsten hatten die, wie gesagt, gerade gegen den Pass natürlich äußerst große Schwierigkeiten. Zwei Referee-Sachen, über die ich noch reden muss, die sich meiner Meinung nach halbwegs ausgeglichen haben, aber das kann auch sein, weil ich das, dass ich das sage, weil die Lions gewonnen haben und dass ich da ganz anderer Meinung wäre, wenn ich Rams-Fan wäre zum Beispiel, dass ich sage, na, das geht viel, viel weniger, das erste war der Fehlstart im letzten Lions-Drive vor der Halbzeit, der meiner Meinung nach sichere Punkte von Bord genommen hat, ähm, wo man in der Zeitlupe sieht, dass da einfach kein Fehlstart ist, sondern dass es Offside ist. Der Rams-Spieler geht zweifelsohne über die Line und die Refs haben gesagt, oh, der Lions-Spieler Taylor Decker hat sich vorher bewegt, der hat vorher gezuckt, man sieht in der Wiederholung, er hat nicht gezuckt, ist eine Tatsache-Entscheidung, kann man nicht challengen, ich verstehe nicht, wie es passieren kann, weil ich nicht verstehe, wie man Motion sehen kann, wenn, oder eine Bewegung sehen kann, wenn da keine ist, aber, pff, am Ende, hm, ähm, und das andere ist, bei dem letzten offensiven Play von den Rams, bei dem Pass auf Pukanakua, dem einzigen Incomplete Pass zu Pukanakua, hätte man Defensive Holding eventuell geben können, Pass interference vermutlich geben sollen, ähm, also das war schon sehr, 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 sehr physisch bei Camp Sutton und ich glaube, eventuell wurde es auch nicht gegeben, weil Pukanakua ein sehr physischer Receiver ist und man nicht doll gesehen hat, dass er dadurch krass beeinflusst wurde. Sollte an sich nichts zur Sache tun, ich meine nur, wenn du genau die gleiche Physis gegen einen Tutu Atwood zum Beispiel benutzt hättest, der wäre halt vermutlich zu Seite gezogen worden. Pukanakua ist sehr, sehr stark und kompakt, wie gesagt, der wurde nicht krass dadurch beeinflusst, zumindest man hat es nicht doll gesehen. Hat es am Ende genug beeinflusst, damit er den Ball nicht fängt? Höchstwahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich hätte das eine Flagge sein sollen. Hätte den Rams ein neues First Down gegeben, die brauchen nun Philco, um das Ding zu gewinnen. Lions haben sehr, sehr wenig Zeit auf der Uhr, haben zwar ihre Timers noch gehabt, wer weiß, ob die da nochmal in den Philco-Range gekommen wären, ob die den Philco genommen hätten. Vielleicht hätten die Rams auch komplett die Uhr runterlaufen lassen, dann Philco genommen, wer weiß, aber es ist halt sehr schade, dass sowas am Ende passiert. Ich bin der Meinung, es gleicht sich halbwegs aus, weil es halt bei beiden am Ende von der Halbzeit war jeweils. Aber die Strafe, die nicht gegeben wurde, die den Rams ein neues First Down gegeben hat, war halt das letzte Mal, dass die Rams Offense auf dem Feld war. Und danach konnten die Lions das Eisen mit dem First Down. Deswegen ist es vielleicht das, was man noch als Dollar wahrnimmt. Das andere, worüber ich noch ganz kurz reden möchte, weil ich darum gebeten wurde, ist die zwei Dirty-Aktionen von den Lions. Übrigens Stafford, der hat einmal so einen bösen Hit gekriegt, wo ich sagen muss, es war Hit-Hit. Und der zweite davon, von der Lee McNeil, der war auch ein bisschen spät. Also da kann man, denke ich, auch Roughing the Passer geben. Und ich sage, wenn es mal Holmes gewesen wäre, der hätte 17 Flaggen gekriegt. Aber ein Stafford kriegt so eine Flagge nicht. Das finde ich fatal. Aber was auch immer. Die erste Aktion muss ich einfach straight sagen, habe ich nicht gesehen. Und ich habe den, der mir das geschrieben hat, gebeten, er soll mir ein Video dazu schicken. Ich gucke gerade mal, ob er das vielleicht schon gemacht hat, ob ich das sehen kann. Weil wenn nicht, kann ich mich leider dazu noch nicht wirklich äußern. Dann bin ich da sehr gespannt auf eure Meinung dazu. Nee, hat er mir noch nicht geschickt. Da ist anscheinend Hutchinson, nachdem Stafford auf dem Boden lag, auf die Wurfschulter von Stafford draufgetreten. Und ich weiß halt, wie gesagt, gar nichts dazu. Ich weiß nicht, ob das so ein Damokonsum mit Absicht draufgetreten war. Ich weiß nicht, ob es so ein Ding ist, wo man sagt, eventuell Absicht, eventuell aus Versehen. Ich weiß nicht, ob es safe aus Versehen war. Ich habe es einfach nicht gesehen. Ich weiß nichts davon. Keine Ahnung. Deswegen kann ich dazu nichts sagen, aber ich wollte es nicht einfach wegschweigen. Und das andere war das Tackle von Kirby Joseph über die Mitte auf, oh Gott, auf wem waren das? War das, war das Davis Allen? Ich glaube, es war Davis Allen. Oder war es Higby? Ich muss Davis Allen, du willst es nennen. Ja, ja, ja. Ich glaube, Davis Allen, wo der den Ball fängt und gerade landet und dann springt Kirby Joseph ihm in die Beine und das Knie geht halt so zur Seite weg. Das ist meiner Meinung nach nicht dirty. Das ist super, super unglücklich. Gerade auch unglücklich, weil es auch von Lions gegen Hawkinson so passiert ist. Ich glaube, das war sogar auch Kirby Joseph, aber das ist halt, weil er Free Safety spielt. das Problem an der Sache ist, es ist ein legaler Hit und ich finde dumm, dass es ein legaler Hit ist, aber es muss irgendwo ein legaler Hit sein, weil das andere so kompliziert ist und dadurch ist es für mich nicht dirty, weil die Alternativen nicht da sind. Die Alternative, die natürlich viele Leute wollen, gerade Leute, die nicht Football gespielt haben, das soll jetzt überhaupt nicht überheblich klingen oder sowas, ich habe ja selber noch nie Defense gespielt, richtig aktiv zumindest, die Alternative wäre logischerweise gegen den Oberkörper Tacklen oder versuchen gegen die Hüfte zu Tacklen. Kirby Joseph ist nicht extrem groß und verhältnismäßig dünn und er Tacklet einen sehr, sehr stabilen Tight End. Das heißt, der Tight End hat, lass mich raten, 15, 20 Kilo mehr als der oder so. Es ist einfach erstmal nicht besonders smart zu versuchen, dem im Lauf gegen den Oberkörper zu springen, weil im Zweifel verletzt du dich selber oder du kannst das Tacklen nicht setzen, was auch immer. Sehr starker Typ. Bei jemandem, der viel stärker ist, viel schwerer ist als du, musst du sowieso eigentlich auf die Beine gehen. Die nächste Sache ist und das ist, glaube ich, ein Hauptgrund, warum viele Safeties, und das ist halt das nächste Ding, warum es nicht wirklich dirty ist, weil es eigentlich alle Safeties machen, wenn du auf den Oberkörper gehst, was über die letzten Jahre viel passiert ist, ist, die fangen den Ball und landen und durch den Impact beim Landen kommen die halt erstmal ein Stück runter. Das heißt, da, wo du eben hingezielt hast, wo eben noch der Oberkörper war, ist auf einmal der Kopf und dann springst du gegen den Kopf, kriegst eine Flagge und sind nochmal 15 Yards. Und das ist das Problem. Ich glaube, der, ich weiß nicht, war es Romo, kann nicht Romo gewesen sein. Wer auch immer, der Kommentator auf jeden Fall meinte auch, wenn du offensive Football-Spieler fragen würdest, dann würden 10 von 10 Leuten sagen, man soll lieber diesen niedrigen Hit aus dem Spiel nehmen als den hohen Hit und zur Not kriegt man dann mal was gegen den Kopf, als dass sie dir dein Bein wegsensen. Das Unglückliche in dem Moment war, dass er gerade in dem Moment, als Kirby Joseph ankam, das ist halt wirklich einfach unglückliches Timing, genau mit dem Bein zu Kirby Joseph komplett auf dem Boden war und gerade da gelandet ist und sein ganzes Gewicht auf diesem Bein im Boden verankert war. Dadurch konnte quasi nicht sein Bein einfach zur Seite wegsensen, sondern sein Fuß steckt im Boden, sein Oberkörper ist schwer und die ganze Macht, die ganze geht gegen sein Kniegelenk und dadurch kniet zur Seite weg. Es ist Pech, für mich nicht dirty, wie gesagt, den anderen Hit hätte ich oder das andere mit auf die Schulter steppen, hätte ich sehr, sehr gerne gesehen, aber weiß ich nicht, also lasst mich da gerne wissen, wie ihr das seht, wenn ihr wisst, welche Aktion da gemeint war. Ich bin am Ende auf jeden Fall super, super happy, dass die Lions gewonnen haben. Ist es verdient? Ja. Hätten die Rams gewonnen, wäre es verdient gewesen? Ja. Beide hätten es verdient, am Ende kann es nur einer sein, wie gesagt, in so einem knappen Spiel. Einzelheiten machen den Unterschied. Ich hätte vorher auch meine Hand dafür ins Feuer gelegt, dass Michael Badgley auf gar keinen Fall einen 54-Jahr-Field-Go reinmacht und das ist dann am Ende in dem Spiel der Unterschied. Ja, crazy. So, jetzt zu dem Spiel, was verschoben wurde von Sonntag auf Montag. Übrigens, da habe ich auch Verschwörungstheorien gesehen, von wegen, oh, wenn es geschneit hätte und wenn da Schnee gelegen hätte auf dem Feld, dann hätte das den Steelers gut getan und die Bills wollen nur oder die NFL will nur, dass Josh Allen gut aussieht und deswegen, ich glaube, das ist wirklich Quatsch. Ich habe Bilder gesehen von den Straßen, du wärst halt einfach straight nicht hingekommen zum Spiel. Du hättest da nicht hinkommen können, da war so hoch Schnee, der aus dem Weg geräumt werden musste. Es wäre einfach wirklich nicht gegangen und die Reporter, deswegen haben die auch die Bilder gezeigt, die meinten auch vor dem Spiel, ey, wir haben gehört, was ihr gesagt habt, es wäre gestern nicht gegangen und das ist heftig. Das Spiel tatsächlich ging halt auch, du hattest nicht irgendwie großartig Schnee, du hattest keinen Regen, die Zuschauer hatten sehr viel Schnee, aber auf dem Feld ging es, war es freigeräumt und ist auch frei geblieben. Das bessere Team hat eindeutig gewonnen, aber wirklich überzeugt haben sie mich am Ende auch wieder nicht und natürlich haben die Bills auch mal wieder, ich sage natürlich, weil es für diese Saison so typisch ist, auch wieder Pech gehabt was da über der AFC East rumhing mit Verletzungspech dieses Jahr, weiß ich nicht. Bei den Jets natürlich Aaron Rodgers, bei den Dolphins und Bills gefühlt die halbe Defense jeweils weg und bei den Bills jetzt auch noch einer in der O-Line, wo die eigentlich zugegebenermaßen relativ viel Glück hatten dieses Jahr, dass sich in der O-Line nicht wirklich jemand verletzt hat. Josh Allen hatte ein ziemlich gutes Spiel, muss ich sagen, auch wenn ich am Ende mir das 122er Passer Rating angucke, drei Touchdowns und sagen muss, ja, okay, gut, gerade die ersten beiden Touchdowns zu den Tiederns jeweils, die wurden ihm halt auch sehr, 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 sehr einfach gemacht von der Steelers Defense und das ist schade, weil wenn man sich die zweite Hälfte anguckt oder ab dem Ende, ab dem zweiten Viertel eigentlich, war es komplett ausgeglichen. Im zweiten Viertel beide Teams sieben Punkte, im dritten Viertel beide Teams drei Punkte, im vierten Viertel beide Teams sieben Punkte. Nur diese 14 Punkte aus dem ersten Viertel bei Buffalo, die haben einen Unterschied gemacht und natürlich weiß ich auch, dass das Spiel ein bisschen anders gelaufen wäre, wenn sie ins zweite Viertel nicht mit diesem 14-0-Vorsprung reingegangen wären. Vielleicht werden dann die Viertel anders gelaufen von den Punkten her. Aber die Steelers haben einfach zu lange gebraucht, um ins Spiel reinzufinden. Dann zum Schluss war es ein verhältnismäßig ausgeglichenes Spiel auf einem verhältnismäßig niedrigen Niveau für die Playoffs zumindest. Und das ist das, worum ich sage, es gibt mir auch nicht so viel Vertrauen in die Bills, weil die am Ende auch, 31-17 klingt schon nach einem stabilen Sieg, aber das ist halt auch wieder nur gewesen mit einer Turnover-Differential von plus zwei. Und das waren beides auch Takeaways, die direkt entweder Punkte vom gegnerischen Board genommen haben oder dir selber Punkte gegeben haben. Das erste Turnover oder erste Takeaway aus Buffalo-Sicht war der Fumble von George Pickens, war auch absolut ein Fumble, ist einfach sehr unglücklich, dass er ihm da aus der Hand rutscht, was auch immer, war direkt in Fickle-Range und ich glaube, direkt das erste Play war Temperature, der Middle-Runner, hat das nicht gut gespielt, Touchdown. Und das zweite, oder die zweite, war die Interception von Kaya Elim in der eigenen Endzone. Keine Ahnung, warum Rudolph den geworfen hat, keine Ahnung, was das für eine Route sein soll, also ich weiß, was das für eine Route sein sollte, aber extrem schlecht gelaufen, Kaya Elim war all over it und das ist das Ding, die darfst du halt nicht werfen als Quarterback, sowas darfst du nicht blind werfen, gerade in der Situation. Sehr, sehr ärgerlich und das hat halt mindestens drei Punkte von Bord genommen. Rushing Performance auf beiden Seiten überraschend gut, du hast 5-3 Average bei den Bills und 4-6 Average bei den Steelers. Ich glaube, gerade dieses 5-3 hätte nochmal ganz anders ausgesehen, wenn TJ Watt gespielt hat, hätte deswegen super ärgerlich für die Steelers in vielen, vielen Hinsichten. Einerseits, du verlierst das Spiel gegen das deutlich bessere Team, weil du minus 2 in der Turnover-Differential bist, das kann halt erstmal nicht passieren. Zweitens dann das, was ich vorher meinte, dass sie zu lange gebraucht haben, um wirklich ins Spiel reinzufinden und drittens dann der Fakt, ah, unser bester Spieler hat halt nicht mitgespielt. Wie gesagt, es kann nicht wirklich eine Ausrede sein, weil bei den Bills defensiv so viele verschiedene Spieler fehlen, jetzt hat sich Benard auch noch verletzt auf Linebacker, der hat einen richtig guten Job gemacht, nachdem er eingesteppt ist. Das war halt auch erstmal so ein Ding, dass man gesagt hat, oh nein, unsere Linebacker haben sich verletzt, jetzt muss Tenel Benard spielen. Und dann hat der aber eine richtig, richtig gute Saison gehabt. Das war, wenn man ehrlich ist, Loki sogar vielleicht ein Upgrade und jetzt ist der verletzt, was für die nächste Runde wieder gar nicht geil ist, gegen die Chiefs, wenn mich nicht alles täuscht, ja logisch, gegen die Chiefs. Ja, das war auf jeden Fall ein bisschen schade, aber trotzdem am Ende war das Rushing Game gut drin, natürlich auch noch hochgezogen durch die 9,3 Average bei 74 Yards von Josh Allen, aber auch ein James Cook ist bei fast 4,5 Yards per Carry gewesen. Auf der anderen Seite Jaren Warren einen deutlich besseren Average gehabt mal wieder als Najee Harris, aber die sind halt auch ein bisschen Thunder und Lightning zusammen, also ich glaube, die ergänzen sich einfach gut. Mehr habe ich nicht wirklich zu sagen zu dem Spiel, ich habe gerade noch drüber nachgedacht, aber es war einfach über weite Teile des Spiels nicht wirklich viel los. Es ist dann nochmal so ein bisschen Spannung reingekommen hinten raus, als es kurz mal im One Possession Game war, aber dann haben die Bills zurückgeschlagen und dann war es wieder weg. Die Bills hätten beinahe auch noch ein Turnover gehabt oder ein Takeaway bei einem Fumble von Pat Friermuth an der linken Sideline, der dann recovered wurde von, wer war das? War das Benford? Nee, Baron Specter hat den recovered und ist dabei ins Aus gerutscht und sie haben auf dem Feld gesagt, dass er out of Bounce war. Bei der Wiederholung, als es gechallenged wurde, hätte ich auch gedacht, oh, vermutlich ist er nicht out of Bounce, aber wirklich genau konnte man es nicht sagen, deswegen musste man halt bei dem bleiben, was auf dem Feld gesagt wurde. Also da auch schon sogar ein bisschen Pech bei Bills, sag ich mal, dass das nicht noch ein Takeaway war. Dafür war das erste von Dingsbums von, sag ich schon, meine Namen, von George Pickens war halt absolutes Geschenk der Fumble. Also ja, ich bin nicht besonders beeindruckt von den Bills insgesamt. Josh Allen hatte ein gutes Spiel, natürlich gerade der Touchdown-Run, generell sein Scrambling war stark, sein Passing-Game hat genommen, was da war, war jetzt absolut nicht schlecht, aber war jetzt auch nicht außergewöhnlich. Aber ja, insgesamt nicht sehr beeindruckt von den Bills und ich würde mal vermuten, dass sie als Underdog in die nächste Woche reingehen, obwohl es zu Hause ist, bin natürlich trotzdem gespannt auf mal wieder ein Chiefs-gegen-Bills-Spiel. Eventuell merken wir dann, dass die Verletzungen ein bisschen zu viel sind für die Bills. Und was mich auch gewundert hat, online als Reaktion, da muss ich noch drüber reden, sowohl in Amerika als auch vor allem in Deutschland hatte ich das Gefühl, dass Steelers-Fans wirklich so richtig enttäuscht und sauer waren und alles, wo ich denke, Entschuldigung bitte, ihr seid mit Mason Rudolph in das Spiel gegangen, ohne TJ Watt. Ihr wart 10 Punkte Underdogs, das war vermutlich noch konservativ geschätzt, weil die Leute nicht wussten, wie das Wetter wird und sowas. Ihr wart im vierten Viertel in einem One-Possession-Game und habt das Spiel dann verloren. Also das ist, und dann sehe ich Leute, die schreiben, ah, dieses, noch nie eine Losing-Season gehabt, dieser Stat von Tomlin, eins der overratedsten Sachen in den Playoffs, führt es immer nirgendwo hin und da. What the fuck? Guckt euch mal bitte ernsthaft den Roster an und sagt mir dann, was ihr erwartet mit so einem Roster. Dass die in die Playoffs gekommen sind mit dem Roster und dass die in den Playoffs gegen die Bills jetzt auch nur ansatzweise mitgehalten haben, nochmal, mit Mason Rudolph ist eine Coaching-Meisterleistung. Also bitte, gerne, wenn ihr als Fans die Wahl hättet, feuert gerne Mike Tomlin. Ich bin sicher, mindestens 24 andere Franchises in der NFL würden sich zerreißen in der Luft, um Mike Tomlin zu nehmen als Head Coach. Der wäre ungefähr zwei Minuten lang arbeitslos. Also das ist wirklich, kritisiert an euren, an euren Koordinatoren rum, was ihr wollt. Aber Mike Tomlin zu kritisieren, nach der Leistung, die er über seine ganze Karriere bei den Steelers gebracht hat und gerade in den letzten Jahren mit einem höchstens durchschnittlichen Roster so weit zu kommen jeweils, das ist höchstgradig undankbar, finde ich. Und da muss man sich manchmal, ich habe halt einen ganz anderen Blickwinkel auf sowas als Lions-Fan, aber da muss man sich manchmal wirklich fragen, was ist los mit diesen Fans, weil die einfach verwöhnt sind von historisch guten Teams. Come on now. So, letztes Spiel, was wir hatten am Wochenende. Bei mir läuft es gerade aus und daran, dass das Spiel noch läuft und ich schon aufnehme, könnt ihr erkennen, dass es kein besonders spannendes Spiel war. Habt ihr euch vermutlich vorhin schon ein bisschen amüsieren können, als ich gesagt habe, oh, vielleicht wird das letzte Spiel spannend und war wohl nicht ganz. Ich kann euch dementsprechend den Endstand auch noch nicht wirklich sagen. Buckingham sind gerade am übernehmen bei 32, 9. Also auch das ist wieder eine ziemliche Klatsche. Das hat sich nicht so klatschig angefühlt, weil es nicht wie bei den Packers zum Beispiel, was soll das hier? Dings von meinen, mein Goat-Ding von meinen Crocs ist abgegangen. Ja, weil es nicht wie bei den Packers zum Beispiel in so einem absoluten Rush gekommen ist, sondern weil es halt einfach gemächlich über das Spiel 10 im Ersten, 6 im Zweiten, 9 im Dritten, 7 im Vierten bisher alles da gekommen ist und die Eagles haben zur Zeit drei komplett scorelose Viertel und das sieht auch so aus, als würde es dabei bleiben. Ich bin ehrlich, ich an der Eagles, an der Eagles, an der Stelle der Eagles würde jetzt auch nicht mehr großartig drauf pushen offensiv, weil Slay hat sich gerade verletzt, Gördard hat sich eventuell verletzt, konnte Gott sei Dank runterlaufen, sah erst mal schlimmer aus. Ich lege mich fest, dass Jaron Hurts auf gar keinen Fall fit ist zur Zeit, also der hat irgendwas, also nicht nur das an der Hand, der hat auch garantiert mehr, als er sich anmerken lässt am Knie oder am Knöchel oder was, am Knie ist halt naheliegend, weil er dann noch diese Schienen drum hat und sowas, oder Orthese, deswegen, das läuft alles nicht, aber selbst mit diesem, mit dieser Ausrede, sage ich mal, oh Hurts ist verletzt und sowas oder AJ Brown ist nicht da, es ist katastrophal und ich glaube, man könnte erwarten, dass ich bei so einem, bei so einem doch schon Upset, obwohl ich halt auf die Buccaneers getippt habe, aber trotzdem ist es ja ein Upset, deutlich talentierteres Team sind auf jeden Fall die Eagles, dass ich da jetzt stundenlang drüber reden könnte, warum mich, also warum es passiert ist, was das Problem ist bei den Eagles und so weiter, könnte ich auch bestimmt nochmal stundenlang machen, aber muss ich nicht, weil ich glaube, Leute, die schon länger auf dem Kanal unterwegs sind oder einfach die letzten Wochen auf dem Kanal unterwegs sind, aber ich würde das aus den Ohren rauskommen, es ist genau das gleiche, was ich seit Wochen sage, es ist erbärmlich und ich versuche eigentlich von so Wörtern wegzubleiben, weil das halt immer noch alles, was da passiert, selbst die schlechtesten Sachen, die da passieren, auf einem höheren Football-Level ist, als was ich begreifen kann und so weiter, ist mir vollkommen bewusst, aber es ist trotzdem erbärmlich für NFL-Verhältnisse. Du kannst nicht mit einem Team mit so viel Talent so wenig machen, auf beiden Seiten vom Ball. Ich weiß, die Defense ist nicht ideal am Backend, aber du hast mit Slay und Bradbury immer noch talentierte Corner, auch wenn sie ein bisschen älter sind, Bradbury sei bei dem einen Touch und auch gar nicht gut aus, weil er nicht getackt hat. Safeties, Sidney Brown ist verletzt, Reed Blankenship ist verletzt, aber trotzdem, come on, du hast richtig gute Linebacker, teilweise, beziehungsweise jetzt für Playoff-Level vielleicht nicht mehr richtig gut, aber auf jeden Fall keine katastrophalen Linebacker und du hast an sich eine Elite-Defensive-Line, mit der nichts gemacht wird. Die spielen so soft, dass die Line einfach komplett irrelevant ist. Offensiv, du hast eventuell, vermutlich zusammen mit Detroit, das sind die beiden besten Offensive-Lines in der Liga. So, spielst du so? Nope. Du hast einen richtig guten Quarterback, bringst du ihn in irgendeine gute Position, gibst du ihm zum Beispiel in einem Spiel, wo du konstant geblitzt wirst, Lösungen für den Blitz. No. Die Lösung für den Blitz in dem Spiel war, oh, wir haben kurze Checkdowns, wir haben quasi Hot-Routes an der Line of Scrimmage. Das ist das, worauf die Buccaneers spekulieren. Das ist, okay, wir machen ihm Feuer, wir wissen, die können es nicht blocken, wir wissen, die versuchen es nicht zu blocken, wir wissen, die versuchen nichts Kompliziertes damit zu machen und bla bla bla. Wir wissen, die haben Checkdowns an und um die Line of Scrimmage. Wir haben, wir spielen ein bisschen off, wir wissen, die Bälle kommen, wir rallyen to the ball, wir verteilen dicke Hits an der Line of Scrimmage und wir können tacklen im Gegensatz zu anderen Defense. What the fuck is hier los? Auch das, es ist so einfach gewesen zwischendurch für Tampa. Ich habe es getweetet, ich habe relativ viel getweetet während des Spiels, auch dass die Eagles hinter Patrick Graham definitiv her sein sollten, wenn Pierce nicht bleibt und so weiter. Also folgt mir auf Twitter oder X, was auch immer, wenn ihr Lust drauf habt, Link ist irgendwo in der Beschreibung, aber die Eagles Defense konnte so sehr nicht tacklen, dass die Buccaneers offensiv zwischendurch einfach in zwei Drives bestimmt acht Screens gespielt haben oder sowas. Weil sie einfach wussten, okay, wir bringen den Ball irgendwo in Space, wir blocken ein paar Leute, ein, zwei Leute kommen und tacklen nicht und dann haben wir automatisch schon mal acht bis 15 Yards. Was? Die ganzen Big Plays, auch dieses Crosser Big Play, wo, ich weiß nicht mehr, war das Maddox oder Brown? Ja doch, Maddox muss es gewesen sein. Rennt einfach, ähm, Dingsbums, Eli Riggs um. So, und die sind nicht, es war nicht mal wirklich ein Rub. Die sind einfach zufällig auf der gleichen Höhe gewesen. Touchdown. Ich, ich komme echt nicht drauf klar, es ist Third Turn Conversion blenden die gerade ein. Eagles sind 0 von 9. Die haben keine Antwort für den Blitz gehabt. Das, was Temper gemacht hat, ist nicht mal irgendwie besonders ausgefallen oder sowas. Die haben eine sehr, sehr schnelle, sehr athletische Defense und die haben viel geblitzt. Die haben mehrfach Cover Zero gebracht einfach. Und die Lösung, die, die, das ist so traurig eigentlich, die Lösung, die die Eagles haben, ist halt, wie gesagt, entweder kurze Stop Routes oder einfach Goals und er wirft ein Fadeball. Vierter und blablabla, als eben das Fehlgoal gemacht haben im vierten Viertel, äh, vor dem letzten Buccaneers Touchdown, glaube ich. Fehlgoal war drin, aber war Offside von den Buccaneers. Das heißt, war Vierter und 3, Vierter und 4, irgendwie sowas. Was machen sie? Einfach ein Fade. Lowest Percentage Throw, den du werfen kannst. Ja, ich verstehe, dass, dass Smitty auf Heisman-Smitty Niveau war, Devontae Smith, aber es ist jetzt auch nicht unbedingt der beste Fadeball-Receiver. Also, es ist einfach schematisch auf einem ganz, ganz niedrigen Level. Der Move mit Patricia vor ein paar Wochen war, ich, selbst, selbst die Kommentatoren in dem Spiel, ich weiß nicht mehr, welcher von beiden es war, aber hat gesagt, das war ein Fehler und das sei, hätte man behalten sollen und bla, und das war überstürzt und es war eine Panikreaktion und so. Wisst ihr, wie krass was passieren muss, damit die Kommentatoren und ja, ich weiß manche Kommentatoren eher als andere, aber Entscheidungen von einem NFL-Team kritisiert, was Headcoaches und sowas angeht, die versuchen normalerweise niemanden zu bashen und für Matt Patricia müsste es inzwischen einfach ein NFL-Verbot geben. Eigentlich sollte es von irgendjemandem, der Football liebt, ein Football-Verbot geben für den. Ich habe immer noch sein arrogantes Gelaber im Kopf die ganze Zeit und der hat so keine Peilung von nichts. Ich bin ehrlich, ich wüsste richtig gerne, was Patrick Graham mit der Defense machen würde in vier Wochen oder so. Also es ist fatal. Ich habe eben den einen gesehen mit dem Firenick-Seriani-Schild im Publikum. Ihr wisst, ich bin kein großer Seriani-Fan. Ich weiß nicht, ob ich ihm unbedingt die Schuld dafür geben kann beziehungsweise ob diese eine Saison reicht, um ihn rauszuwerfen, weil auf der anderen Seite hat er halt auch Schuld dran gehabt und mit die Entscheidung getroffen oder vielleicht sogar alleine die Entscheidung getroffen, dass Patricia Place kommen soll und du decide... Nee, egal. Genug über die Eagles aufgeregt. Ich habe wirklich... Ich habe ja auf die Buccaneers getippt und so und ich habe die ganzen letzten Wochen gesagt, die spielen nicht mal nur schlecht für Eagles-Verhältnisse, die spielen wirklich schlechten NFL-Football. Heute war es genau so, aber... Ja, Spiel ist vorbei. 32-9. Okay, crazy. Genug über die Eagles geredet jetzt. Buccaneers, Hut ab, starke Performance. Ich freue mich extrem für Baker Mayfield. 119, also fast ein 120er Passer-Rating, 3-Touch-Chance, kein Pick, fast 340 Yards. Sehr, sehr gut. Auf dem Boden nochmal 2 für 16, waren beide auch sehr, sehr wichtig. Richard White, 18 für 72, also bang on, 4-Average. Hat sich besser angefühlt in dem Spiel. Kelsey verabschiedet sich gerade von Leuten. Retired? Weiß ich nicht. Wäre ein trauriges Retirement für Kelsey, to be honest, aber was auch immer. Der hat seinen Super Bowl. Und was mich am meisten schockiert vielleicht ist, und was vielleicht sogar ein gutes Zeichen für Tampa ist, aber vermutlich eher ein schlechteres Zeichen für die Eagles ist, das war bei weitem kein perfektes Spiel für die Buccaneers, gerade offensiv. Die haben so viele Drops gehabt. Die hatten irgendwann Anfang oder Mitte, drittes Viertel, hatten die schon 6 Drops. Ich glaube, zugegebenermaßen danach kam nicht mehr viel. Ich würde sagen, höchstens noch 2 oder so, aber 6 Drops ist schon sehr, 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 sehr viel für ein Spiel. Mike Evans hat, glaube ich, 2, 3 Go-Balls, wo er offen war, gedroppt. Also, ja, keine Ahnung. Für die Buccaneers ist es gut. Die haben okay gespielt und haben trotzdem ihren Gegner deutlich besiegt, der eigentlich einen talentierteren Roster hat. Jetzt Buccaneers nach Detroit und einfach 3 der 4 Teams in den NFC-Playoffs sind Packers, Buccaneers und Lions. Also, die 49ers, die können sich jetzt, ich wollte gerade sagen, ich hoffe, ich jinx sie nicht, aber natürlich hoffe ich, dass ich die jinxe. Die können sich jetzt eigentlich nur noch selber schlagen. Egal, wie stark die Packers ausgesehen haben zum Beispiel. Ganz, ganz verrückte Sache. Also, Eagles, wirklich lange nicht mehr sowas gesehen. Überleg mal, die haben 10-1 angefangen und sind seitdem 1-6. Meine Fresse, ey. Ich wüsste gerne, wie mich das aufregen würde, wenn ich entweder Sirianni oder Patricia richtig mögen würde. Oder, ich habe in dem Team nicht mal jemanden, den ich wirklich richtig mag. Ich finde Smitty cool, Swift ist krass, obwohl doch, die beiden mag ich schon sehr. Slay mag ich auch sehr. Okay, doch, es gibt welche, die ich mag. Aber, dadurch, dass ich Sirianni und Patricia beide gar nicht leiden kann, freut es mich halt eigentlich, wenn die verlieren. Aber, boah, es regt mich trotzdem einfach so über dieses verschwendete Potenzial auf. Es ist unglaublich. Gut, das war es mit dem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich freuen, falls ihr ein Like da lasst, wenn ihr neuer seid, nicht zum Beispiel verpassen wollt in Zukunft. Dann abonniert einfach. Morgen ein Video, in dem ich nochmal mein Buch durchgehe, genauer, also für diejenigen von euch, die es vielleicht noch nicht vorbestellt hatten, weil ihr noch nicht sicher seid oder so, guckt es euch gerne an. Vielleicht überrede ich ja den einen oder anderen noch oder überzeuge eher, wenn ich überrede und die, die es schon vorbestellt haben, ey, wenn ihr Bock drauf habt, nochmal zu hören, was ich mir genau gedacht habe, bei welchen Kapiteln und so weiter und was euch im Buch erwartet, sehen wir uns hoffentlich morgen. Ansonsten lasst ein Like da, was habe ich schon gesagt. Ja, ich hoffe, wir sehen uns alle morgen. Bis dann. Ciao.